Wir haben heute das Umspannwerk Nummer 31 eingeweiht und versorgen damit ein Rechenzentrum hier im Frankfurter Gallusgebiet. Die Rechenzentrumsbranche ist diejenige, die boomt und natürlich auch für einen enormen Stromabsatz sorgt. Für mich als Vertreter der Stadt Frankfurt freut es mich natürlich sehr, dass wir hier so große Investitionen in die Frankfurter Infrastruktur haben, das durch MANOVA und die NAM hier Infrastruktur geschaffen wird, um die hier vorhandenen Rechenzentren sicher und leistenfähig mit Strom zu versorgen, aber dass eben auch darüber hinaus weitere Entwicklungen und Ausbau der Rechenzentren um sie immer schon gewährleistet werden. Ich freue mich sehr, dass das 110 kV Umspannwerk heute eröffnet wurde, weil für uns ist die Stromversorgung ein essenzieller Bestandteil unserer Dienstleistung. Unsere Kunden erwarten von uns unterbrechungsfreie Stromversorgung und die MANOVA bietet uns das jetzt auf 110.000 Volt Spannungsebene und wir haben auch noch genug Strom für unsere Ausbaupläne in der nahen Zukunft. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.